Bläst man mit Hilfe eines Strohhalms zwischen zwei Tischtennisbällen durch, so rollen die beiden Bälle durch die veränderten Druckverhältnisse aufeinander zu. Wie kommt es dazu? Der Schweizer Daniel Bernoulli beschäftigte sich im 18. Jahrhundert mit dem Thema Druck. Dabei entdeckte er die Beziehung zwischen der Fließgeschwindigkeit einer Flüssigkeit und deren statischem Druck. Für strömende Medien, also Gase und Flüssigkeiten, setzt sich der Druck aus einem statischen und einem dynamischen Teil zusammen. Ein Geschwindigkeitsanstieg in einer Flüssigkeit wird immer von einem Druckabfall des statischen Drucks begleitet. Da die Energie immer erhalten bleiben muss, folgerte er, dass der dynamische Druck steigen muss, um die Abnahme des statischen Drucks auszugleichen. Nach der Druckgleichung von Bernoulli bleibt also die Summe aus statischem und dynamischem Druck, das ergibt den Gesamtdruck, konstant. Der statische Druck hängt von der Gravitationskraft und der Höhe der Gas- bzw. Flüssigkeitssäule ab. Der dynamische Druck hingegen wächst mit der Strömungsgeschwindigkeit. Bläst man zwischen den Bällen durch, so erhöht man den dynamischen Luftdruck im Zwischenraum, damit sinkt der statische Druck im Luftstrom. Da der äußere statische Druck größer ist, bewegen sich die Tischtennisbälle aufeinander zu. Untertitelung des ZDF, 2020